So, herzlich willkommen zu meiner Wenigkeit, dem Kapeller und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Ixion-Reihe. Leider gab es gestern ja keine Folge, ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm, aber ich habe es einfach zeitlich null geschafft. Aber heute geht es wieder weiter mit Ixion und wir werden natürlich, Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, ich sag ja, wenn man sobald mal ein Tag draußen war, genau die Exo-Kampf-Kuppel, das heißt, wir haben den Bahnhof schon erforscht. Und wichtig jetzt für mich zu wissen, den Bahnhof haben wir ja auch schon gebaut, genau, 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 genau. Das heißt, wir haben jetzt die, wir haben jetzt eigentlich alles miteinander verbunden oder wie läuft das jetzt ab, wenn ich jetzt einen Transfer mache? Ist das jetzt einfach so swibbly-swap, ist das so easy-peasy oder geht das einfach nur schneller? Aber ich glaube mal, das werden wir auch bald herausfinden, denn wir werden jetzt hier erstmal wieder auf Play drücken, denn wir sind ja mehr oder weniger eigentlich jetzt nur noch damit beschäftigt, Ressourcen zu ergaunern. Und das sind halt auch die letzten Ressourcen, die wir jetzt noch haben. Insgesamt sind es nur noch 842 und ein paar zerquetschte Ressourcen von Kohlenstoff und natürlich ein bisschen Eisen haben wir auch noch zum Einsammeln. Der Rest, den wir da noch haben, ist gar nicht mal so viel. Okay, sprich, wir sind hier eigentlich schon fast fertig, sprich, wir machen jetzt noch Optimierungsarbeiten. Diese Optimierungsarbeiten sehen folgendermaßen aus. Wir benötigen, erstens mal, egal wie viel, wir brauchen wieder viele Arbeitskräfte. Das ändert sich eh nie in diesem Spiel. Und ich glaube mal, wir müssen uns noch eine Sache überlegen. Und zwar, wir haben immer noch in Sektor 1 immer noch eine Außenbordschleuse, by the way. Da sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir da eine Möglichkeit finden, die nochmal umzusetzen. Ich weiß nur nicht, wohin denn... Ja, was soll ich dazu sagen? Ob hier jemals ein Feuer ausbricht, bezweifle ich. Ich würde es am liebsten abreißen. Das große Krankenhaus wäre natürlich eine ganz edle Sache, weil dann bräuchten wir nämlich diese ganzen kleinen Dinge auch nicht. Das heißt, wir hätten hier wieder Platz und hätten rein theoretisch, ganz streng genommen, wieder Platz für, ja, andere Rohstoffe, die wir abernten, abbauen könnten. Äh, aber... Das wird schwierig, denn hier sind wir voll. Das ist halt die Frage aller Fragen. Wir haben zwar noch diesen einbesagten letzten Sektor, bloß... Ja, womit wollen wir den befüllen? Wir haben einmal Nahrung, zwei Lager, ein Wohngebäude. Mir geht momentan die Idee aus, wofür wir diesen Sektor jetzt bräuchten. So. Von da aus... Ich habe keine Ahnung, wofür wir den brauchen wollen. Bislang. Ist mir ein Rätsel. Hier unten haben wir zwar Platz, aber das ist ja auch Fabrik. Und wenn wir mal ehrlich sind, Fabriken kommen jetzt auch nicht mehr großartig dazu, oder? Wir gucken noch mal Dekret. Mhm. Ja. Ähm... Wir forschen noch mal, wir gucken noch mal. Was haben wir denn noch nicht? Wasser-Aufbereitung. Aha. Ja, aber gut, dafür bräuchten wir Abfall. Das Atomkraftwerk, okay. Wäre aber auch erstmal nur Energie. Das Gesundheitszentrum, okay. Der Rumpftempel. Um 25. Und ein Unfall. Was ist denn da passiert? Zwei Besatzungsbegräder wurden verletzt. Naja, gut, okay. Bevölkerung Stufe 1. Speisesäle können doppelt so viele Besatzungsbegräder pro Zyklus ernähren. Doppelt so viel. Brauchen wir denn da überhaupt noch zwei? Jetzt ernsthafterweise mal gefragt. Na, guck mal. Wie viel kann der denn? Diese Info fehlt mir noch. Äh... Er kann... 140 Einheiten Nahrung versorgen. 2.100... Bürger. 2.185. Oder haben die einfach noch nichts bezogen? Oder reicht das vollkommen? So, der braucht 73 um alle 2.100... Doppelt so viel. Deswegen 73... 73 plus 73 ergibt 146. Hab's verstanden. Sprich, wenn ich das richtig sehe... Ups. Was ist das denn für eine Taste hier? Ach. Ich hab eine Stromtaste? Ist ja ein Ding. Guck mal. Guck mal wieder dazu, der eine Tab-Taste. Interessant. Ja, muss man erst mal wissen, ne? Aber wir sehen, hier wird auch nochmal aufgefüllt. Es wird aufgeteilt. Aber... Den verstehe ich trotzdem immer noch nicht. Egal. Lassen wir erst mal so stehen. Wir lassen es erst mal so stehen. Wir lassen es erst mal so stehen. Also, wir brauchen schon eine ganze Menge Nahrung, wie wir sehen. Das ist ja verrückt, ey. Das ist krass. Gut, wir können immer noch optimieren. Von da aus bin ich da erst mal noch gewillt. Positiv gewillt. Wir haben kein Silizien mehr. Das haben wir ja festgestellt. Das ist okay. Dafür sind ja auch die Fabriken aus. Da oben. Okay, 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 okay. Ich weiß nicht, was ich noch optimieren soll. Das ist alles das höchste Gebäude. Das ist das höchste Gebäude. Das ist das höchste... Wie ich schon gesagt habe, gewisse Batterien. Ja, könnte man... Obwohl, ne, macht keinen Sinn. Ja. Hier haben wir alles aufgewertet, was wir aufwerten können. Und wir haben hier auch noch bedingt Platz für... Für, 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 für noch ein paar Außenstehende, oder? Oder haben wir gar keinen Platz mehr? Ja, da oben halt der Platz ist noch offen. Aber den lasse ich auch offen. Ja, ist halt die Frage mit den Batterien in Sektor 1, ne? Aber ich glaube mal... 12,8? Das ist doch Sektor 1, oder? 12,8 Zyklen. 8,4 ist okay. 8,7 ist okay. Das ist nicht okay, finde ich. Aus meiner Perspektive gesehen, das ist Sektor 5 und Sektor 6. Das sind doch unsere Nahrungs- und, ähm... Lagersektoren. Mhm. Obwohl wir hier schon so einen großen Oschi hingebaut haben, ne? By the way. Möchte ich nochmal so nebenbei erwähnen. Ja. An accident has occurred in the Typhoon. Ja. Also wir könnten hier noch eine Batterie hinbauen. Da auch noch eine. Und hier noch eine. Hätten wir hier noch ein Vierergebäude frei, beispielsweise. Mit Straßensystem meine ich natürlich. Ähm... Das heißt, wir haben hier eine, da eine, da eine. Und dann bauen wir uns hier so eine Straße hoch. Und dann hätten wir hier... So, Deko. Okay, das heißt, wir haben hier noch mehr Batterien. Sprich, wir haben hier... ...mehr Power. Das ist Sektor 5. Ja, Sektor 6 wird spannend. Wie viel Müll haben wir denn eigentlich? Wo ist denn unser Müll? Da. Ja, komm, dann bauen wir noch eine davon, oder? Wie viele Leute haben wir hier? Brauchen wir das denn jetzt? Auf lange Sicht gesehen, ja. Um immer über dem Durchschnitt... ...zu bleiben... ...baue ich das hier hin. Und baue... ...so leid es mir tut... ...nochmal so eine Batterie hier rein. Das sollte ja denn lang. Haben wir Elektronikteile? Haben wir. Okay, wir haben jetzt gerade massiv viele Unfälle. Aber das ist alles noch... ...im Erdenklichen. Alles noch im Erdenklichen. Okay. Da haben wir Vorräte. Das passt alles. Ich bin... ...ich bin ein bisschen aufgeregt. Denn ich weiß, dass der nächste Sektor... ...der wird... ...das wird kein schöner Sektor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da... ...friedefreue Eierkuchen... ...durch die Weltgeschichte dartschen. Das kann ich mir nicht vorstellen. So. Sprich, die Batterien sind jetzt auch schon... ...fast alle aufgeladen. Okay. Sexy. Ja, sehr schön. Und wir lassen uns hier mal so klein in den Spielraum... ...weil wir wissen nicht, was... ...auf uns noch zukommt. Vielleicht brauchen wir diesen Platz. Vielleicht für ein Gebäude... ...können wir hier abreißen, die Straßen... ...und dann haben wir wieder ein bisschen mehr... ...Platz, Wohnraum, wie auch immer. So, aber Sektor 5... ...müsst ihr jetzt... ...ja... ...ist immer noch nicht so krass... ...wie ich mir das vorgestellt habe, aber... ...schon mal wesentlich besser. ...und Sektor 6... ...soweit das fertig ist... ...sobald das fertig ist, sollte das dann auch funktionieren. ...nuckeln. Ja, okay. Das heißt, wir haben extrem viele Möglichkeiten... ...und fortzubewegen. Wir haben extrem viele... ...Zyklen, die wir uns... ...bewegen können. Ich denke, das wird in den nächsten... ...Spiel schon... ...es hat ja schon einen Grund, warum uns das Spiel vorbereitet... ...auf 5 Zyklen... ...ohne Strom... ...auch... ...zu realisieren. Wir haben jetzt hier sogar noch on top... ...es einfach mal... ...verbessert. Sprich, das schlechteste Glied... ...sieht momentan nach 7,6 aus. Das heißt, wir können 7,6 Zyklen... ...na ja... ...vielfältig... ...wird es noch weniger. Ich gucke mal noch weiter vor. Naja, 7,5 anscheinend. Naja, gut, okay. Dann sind es halt 7,5. Dann ist das halt so. Ist jetzt auch nicht so die große Welle, würde ich sagen. Jetzt dieser kleine Unterschied da. Wir gucken noch mal. Außenbordschleuse. Aber ich glaube... ...da haben wir jetzt... ...ja, wir haben nix mehr. Wir haben alles gebaut, was wir bauen hätten können. Wir haben nur noch einen Sektor offen. Den behalten wir uns jetzt für die... Für das nächste Kapitel halten wir uns das noch frei. Und dann schauen wir mal. Wie wir das... ...managen wollen. Weil diesen Platz würde ich ganz gerne... ...offen lassen. Ja, ich meine klar... ...ich könnte hier noch... ...noch hier diese Bevölkerungsdinger da rein knötern, ne? Also ich könnte es tun. Aber ich finde es einfach... ...absolut unansprechend. Äh, nicht entsprechend. Sagen wir es mal so. Sektor 1, natürlich. Naja, egal. Okay. Gut. Wir sind bewaffnet. Wie viele Rohstoffe? Rohstoffe. Haben wir denn noch? Nicht mehr allzu viel. Das liegt aber auch da dran, dass unsere Schiffe zwar... ...schon fleißig sind am... ...abernten. Aber wir haben... ...unsere Lager sind halt einfach... ...entsprechend voll. Wenn man sich das hier mal schon nur alleine anguckt... ...da haben wir zwar noch ein bisschen Platz... ...aber das ist halt... ...ja, ist ein Witz halt, ne? Hier. Hier wird aber FE gesagt, fehlt. So, da haben wir schon mal einen kleinen... ...fehler gefunden. FE. In Sektor... Was war das für ein Sektor? Das war Sektor 3. Ja. Naja, das liegt da dran, dass die Sektoren hier halt auch einfach... ...auf Maximum laufen gerade. Das ist natürlich dann kein Wunder, dass das nicht funktioniert. Also, die Lager können ganz gerne... ...die brauchen gar nicht so vollgeknötert werden. Die können gerne bei 300 so laufen. Das gilt bei den... ...bei diesen Sektoren generell als Maßstab. Das heißt, wir können zwar da immer lagern, wie wir lustig sind... ...aber rein theoretisch müssen wir... ...dort nicht so viel lagern. Sprich, so ein gesunder Restbetrag, den können wir dabei behalten. Alles, was drüber ist, wird dann erst mal rübergebracht. Das kann ganz gerne voll sein. Das ist ja unser Produktionssektor. Ja, Silizium, wie ihr seht, ist leer. Ja, gut, da haben wir jetzt auch noch ein bisschen Restbestand. Nahrung sieht gut aus. Wie schon gesagt, Sektor 5 ist unsere Produktion. Ne, falsch, ist unser Lager. Genau, das kann ganz gerne erst mal voll. Das kann vollgeknötert werden. Ja, Eis. Genau. Muss nicht voll sein. Kann voll sein. Helium. Haben wir nicht in Sektor 5 auch noch eins gebaut? Dankeschön. Brauchen wir zwar gerade nicht, aber... Ja, okay, gut. Wie schon gesagt, Sektor 2 und Sektor 5 brauchen das rein theoretisch nicht. Unser Sektor 1 jedoch volle Pulle. Okay, let's weiter. Das heißt, wir transportieren jetzt wieder Massen an Rohstoffe. Sprich, wir können auch wieder mehr einlagern. Denn ich glaube mal, dass gewisse Lagerstädte voll sein würden. Ja, das Problem ist halt, wie man klar erkennen kann. Unsere... Anderen Ketten sind halt voll. Die sind voll. Mehrarbeit? Wo? In Sektor 6 haben wir Mehrarbeit. Das ist schlecht. Das... Jetzt können wir es ja mal ändern. Wir haben ja nicht umsonst... Äh, was habe ich gesagt? Sektor... 6. 1, 6. Okay. So, von Sektor 1 nach Sektor 6. Nur Arbeitskräfte. Zehn Stück. Gib mal einen. Wir spulen mal vor. Das geht schnell, ja. Aber ich dachte, es geht noch schneller, um ehrlich zu sein. Okay. Krankenstation, natürlich. Ist die einzigste, die wir haben, by the way, ne? Ne? Naja. Ist wieder repariert. Kann weiterarbeiten. Passt. Sehr schön. Okay. So, bis die Technologie fertig ist, glaube ich, haben wir schon alles eingesammelt. Würde ich jetzt mal behaupten. Und wir haben immer mehr Bewohner. Das heißt, wir kommen unserem Ziel jetzt ziemlich nah. Stimmt ja, wir haben ja noch eine Aufgabe hier drin. Ich bin gespannt, was dann passiert. Das ist nicht mehr... Das ist bald geschafft. Ich mache mir nur Sorgen, dass wir hier gleich auf Exitus... Also, was hier gleich empty ist. Wenn wir so viele Batterien positiv haben, dann kann ich doch hier zwei abreißen oder nicht, oder? Ist mal ernsthaft. Können wir ein neues Gebäude hinbauen. Ihr wisst, was ich meine. Komm. Wie viel haben wir jetzt noch? 10,8 Zyklen. Reicht vollkommen aus. Dann können wir da noch ein Gebäude reinbauen, damit da noch mehr Leute wohnen können. Weil, ich glaube, den Platz brauchen wir hier. Und wenn wir dann das Krankenhaus so gesehen haben, das große. Perfekt. Dann brauchen wir die ganzen kleinen Krankenhäuser nicht mehr. Das wäre natürlich edel. Dann hätten wir... Ah, Mensch. Noch mehr Effizienz hier in dem Spiel. Jo, ich wollte noch mal gucken. Ja, okay. Hier haben wir noch sehr viel Platz. Aber was heißt sehr viel, ne? Das ist ja... 112 Menschen. Geht schnell. Naja. Plus, minus. 200 Plätze haben wir wahrscheinlich noch frei. Mit diesem Gebäude haben wir dann noch ein bisschen mehr Platz nach oben. Sprich, passt. Okay. Boah, Entschuldigung, dass das immer noch nicht weg ist. Das ist der Wahnsinn. Okay. Lagerungstechnik sind wir auf einem Top-Zustand. Produktionstechnik sind wir auf einem Top-Zustand. Kann man sonst nicht anders sagen. Ähm, das hier, ähm, das hier, ja, bin ich nicht so ganz zufrieden natürlich mit den 120 Einheiten. Das ist relativ wenig für Sektor 3. Hä? Sektor 3. Sektor 3. 120 Legierung. Voll. Legierung. Sektor 3. Warum wirtschaftest du das nicht ab? Lass mich raten, weil überall sonst nicht bewirtschaftet wird. Ah, jetzt haben wir wieder das Problem. Ja, ja, ja. Okay, verstehe, verstehe, verstehe. Ja, dann lager doch einfach mal mehr ein. Genau. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht individuell gemacht wird. Ein bisschen. Ähm, wir teilen uns das mal auf. Wir machen hier auch mal 500, äh, 550 rein. Das heißt, das wird hier auch mal wieder leer. Weil alles, was nicht abtransportiert werden kann, ist ein Produktionsstillstand. Das wollen wir nicht. Und solange keiner gestorben ist, ist mir das alles relativ mit den Unfällen. Da kann alles passieren, was sie wollen. So, die letzten 27 Bewohner werden aufgetaut. Und ich bin dann ernsthafterweise gespannt, was uns erwartet. Ich bin gespannt, was auch Stufe 2 bringt. Ich meine, Gebäudetechnisch sind wir ja hier so mittelmäßig schon jetzt ans Limit angekommen. Muss man ja dazu sagen. Hat das überhaupt eine Straßeverbindung, dieses Gebäude? Ne, ne? Wie kommen denn die Leute von da nach A nach B? Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, ich sehe das falsch. Aber egal. Die letzten 10 Bewohner. Meine Güte. Danach machen wir natürlich wieder normale Geschwindigkeit. Weil es wird ja wahrscheinlich irgendetwas passieren. Irgendetwas? Frohes Neues und herzlich Glückwunsch. Wir haben es geschafft. Okay. Ja, was soll ich sagen? Mache einen Haulsprung zum nächsten Ziel. Wollen wir das machen? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, ne? Ein bisschen ist gut. Ich bin aufgeregt. Moment. Bevor wir das machen. Bevor wir das machen, finde ich, ist meine Intention jetzt dahinter. Wir pesen jetzt nochmal das restliche Gedöns ab, was wir hier noch haben in der Weltkarte. Das sind ja nur noch 500 Eisen. Das ist ja ein Witz. Bloß wenn ich das hier wieder sehe, ne? Jetzt fliegen 80.000 Schiffe zum gleichen Spot. Ist das der letzte Spot? Dann habe ich nichts gesagt. Ne. Okay, cool. Naja, okay. Es sind zwei Spots. Aber das ist der größte. Passt. Warum ist denn der viel schneller als der andere? Weil der kleiner ist? Interessant. Weil der Stufe 2 ist und der ist Stufe 4. Achso, ne. Ist nur der Sektor. Und jetzt sind sie gleich schnell. Hä? Hä? Bin ich jetzt genauso verwirrt wie ihr? Oder? Warum ist denn der langsamer? Warum war denn der schneller jetzt anfänglich? Bei denen ist das gleich jetzt wiederum? Hm. Daraus werde ich jetzt nicht schlau, muss ich sagen. Aber, nichtsdestotrotz ist das jetzt bald erledigt. Sprich, wir werden gleich alle Schiffe zurückschicken. Das gönne ich mir hier noch. Also da könnte er tun, was er wollte. Aber dieses Eisen hole ich mir noch in die Tigwin. Na, der hat immer noch Restbestände, wie ich sehe. Und das liegt daran, dass das eine Lager, ich glaube, das ist sogar dieses Lager hier, völlig zugemüht ist. Mit irgendwelchen Stuff. Daran liegt das, mehr oder weniger. Mehr ist es nicht. Weil der voll ist, genau. Hm. Wir machen jetzt mal was, was vielleicht dumm ist. Aber, weil Silizium haben wir ja jetzt eh erstmal nicht. Kleid rein. Kleid rein. Damit da immerhin ein bisschen Fracht wenigstens wieder... Was war das, Silizium? Ja. Wir lassen noch ein bisschen laufen. Weil ihr merkt, da unten kommt jetzt schon mal FE an. Wir lassen noch ein bisschen. Wir lassen noch ein bisschen. Hätte ich das auch vorher gewusst, dass man Lager so gesehen aufsplitten kann in ihren Einheiten. Ich dachte, es ist immer nur eins möglich. Klar, du musst das immer wieder umswitchen, umwechseln. Das ist klar. Das ist nervig. Aber ganz streng genommen hast du somit aber immerhin Platz. Sprich, ich sage jetzt wieder, Silizium. Hört auf damit. Weil das ist völlig in Ordnung. Ja, das Eis... Na gut, aber wir haben Luft. Wir haben Luft nach oben. Von da aus passt das. So. Damit ist dieser Abschnitt auch erledigt. Wir sagen jetzt zu allen, das ist natürlich jetzt eine Scheißarbeit. Ähm, aber das machen wir jetzt mal auf der schnellen Geschwindigkeit noch. So, unsere Roboterarmee, die hat ja eh nix hier gerade zu tun. Ihr sollt mal bitte nach Hause wieder kommen. Ach ja, da oben war ja auch noch was. So, hört auf mit Eis. Das brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Das ist alles... Alles entsprechend. Ja, FE könnt ihr noch gerne abholen. Ach so, da oben, ja. So, und sobald das letzte FE... Ist ja nicht mehr viel, aber Hauptsache es fliegen erstmal alle. Alle hin. Ist immer natürlich das Beste, was man machen kann. Ist immer nachhaltig genug. Äh, wenn man sagt, naja, komm, ist ja eigentlich nur noch eh eine Kutsche. Wie bei Amazon. Ähm, holt mal das Paket da ab. Ja, wen willst du da losschicken? Alle. Ähm, ihr wisst Bescheid. Okay, also. Nahrungstechnisch sind wir auf einem guten Renner. Ich würde fast sogar schon sagen, dass wir gleich anfangen, ähm, unsere Produktion von den Menschen erstmal gleich zu pausieren. Ich will erstmal, dass gar kein Verkehr mehr stattfindet hier. Ist ja im weitesten Sinne auch damit jetzt erledigt. Cool. Ja, dann würde ich sagen, das nächste Ziel ist das nächste Kapitel. Und ich würde sagen, damit ist das letzte Schiff bei uns drinnen. Wir haben keine Schiffe mehr. Wir sind doch alle wieder zurück, oder nicht? Ich siein engine ready. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Teste Kolonisierungsprotokolle, suche auf der Piranesi nach den Remus-Koordinaten, trainiere 150 Kolonisten, 140 haben wir schon bereits, und lokalisiere einen geeigneten Planeten. Wir schauen uns erstmal so ein bisschen um. Das sieht schon sehr schön rötlich aus. Uh. Boah, das sieht fett aus. Das sieht cool aus. Und wir gucken uns mal die Karte an. Ah ja. Ich sehe ein Gewitter. Gewitter! What the heck is that? Da ist die Piranesi. Das Erste, was wir tun, ist natürlich Silizium vielleicht abzufangen. Das ist erstmal das Erste. Ja, wir bauen erstmal alles ab. Und ja, wir können dann alle erstmal Silizium abholen. So. Alle Bereiche. So, das schon mal dazu. Ich habe ein bisschen Sorge, muss ich offen und ehrlich zugeben. Die Punkte gönnen wir uns, weil das immerhin unsere Forschung weiter nach vorne bringt. Wir haben hier auch keine bösen Wettereffekte, außer natürlich hier dieses besagte Große. Ähm. Das wird wahrscheinlich wandern. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es das tut. Ja, ob wir da hinwollen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Boah. Ohohoho. Ja, das ist. 107. 102. Alles her damit. Können wir ganz gut gebrauchen. 577. Leck mich. Alter. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wie weit sind wir denn mit der Forschung allgemein? Ach, das ist fertig. Okay. Sobald das fertig ist, wir gucken uns das jetzt hier nochmal an. Forschung ist durch. Stabilität. Exo-Kampfkuppel. Gewährt plus zwei Stabilität in einem Sektor. Der Bonus kann auf jeden Sektor ausgebreitet werden, der über einen Bahnhof verbunden ist. Boah. Boah. Okay, 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 okay. Hahaha. Gut, dass nicht noch kleiner. Da habe ich keinen Platz für. Also, ich würde sagen, da lohnt sich nicht mal drüber nachzudenken, dem Platz dazu freizuräumen. Oder doch? Lohnt sich das? Fragen über Fragen. Hier würde es noch reinpassen, um das noch höflich auszudrücken. Was braucht denn dieses Gebäude bitte? Also, zwei Stabilität in einem Sektor. Und wenn wir alles verbunden haben mit, was wir ja haben, mit unseren Bahnhöfen, kriegen wir plus zwei Stabilität auf alle Bereiche. Plus zwei. Ganz streng genommen ist das dann erstmal, also, wenn wir rein, weil die sind doch alle glücklich hier. Sind wir doch mal ernsthaft. Da können wir das doch abreißen, oder nicht? Das kann weg. Naja, gut, alternatives Leben, das lasse ich mal hier, lasse ich hier mal so drinnen. Aber das könnte weg, beispielsweise. Ähm, hier haben wir jetzt beispielsweise gar keine positiven Nebeneffekte, aber das würde dann sich hier ja auch darauf auswirken. Also, das wäre ja mehr oder weniger eine Win-Win-Situation. Warum haben wir hier schon wieder mehr Arbeit? Fast 200. Haben wir überhaupt so viel Wohnraum für diese... Mehr oder weniger haben wir das natürlich. Ähm, das sollten wir vielleicht noch tun, bevor die Aufnahme aufhört. Ähm, von Sektor 1 nach Sektor 5 war das, ne? Ja, Sektor 5 war das. Sektor 1, Arbeitskräfte, rein damit. Die zweite Frage, ich lasse das jetzt erstmal alles auf Pause. Ähm, die zweite Sache, die ich ganz gerne geklärt haben wollen würde, ist also... Ich glaube, der... Macht das Sinn, das Ding zu bauen? Ich meine, das weitet sich auf alle Sektoren aus. Das ist... Puh, das ist krank. Machen wir uns da nichts vor. Klar, ich hätte hier noch... Aber haben wir noch... Das habe ich mir ja schon vorher gefragt. Ja, ich habe nicht mehr allzu große... Ähm, Produktionsketten, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob ich eine Wasseraufbereitung haben werde. Ich... Klar, das Atomkraftwerk, okay. Aber das könnte im neuen Sektor denn landen. Deswegen die Frage. Brauche ich zwingend in meiner Produktionsstätte jetzt noch mehr Produktion? Ich... Mein Gefühl sagt mir nein. Rumpftempel werden wir wahrscheinlich nicht bauen. Wozu? Wozu, wenn wir das haben? Ah, 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 ah. Wenn die Station mehr als 3000 Besatzungsmitglieder hat. Naja, haben wir leider nicht gewählt. Wenn mehr als 5000... Ist das allgemein gemeint oder nur die Station? Aber obwohl, da ist ja die Station gemeint. Und Station... Obwohl, hier steht Sektor. Oder ist mit Station das... Allgemein die Station gemeint. Naja, wenn die Station damit gemeint ist, dann hat... Dann ist das nochmal plus 3. Plus 3 für alle. Okay. Fische bei dem Wasser. Oder wie man so schön sagt. Das ist eine große Batterie. Ja. Ist natürlich doof wegen dem Platz. Ich weiß. Aber... Reiner mit. Die reißen wir dann ab. Bauen dann dieses große Ding dahin. Weil wir haben von allem zwei Stück. Zwei... Zweimal Legierungsfabrik. Wir haben zwei Polymerfabriken. Die andere... Ne, wir haben nur eine. Sehe ich das richtig? Wir haben nur eine. Ja, aber langt ja bislang. Muss man ja auch ernsthafterweise sagen. Und davon eine zweite zu bauen, ist ja jetzt rein... Von der Größe her jetzt keine... Keine Schwierigkeit. Sagen wir es mal so. Selbst wenn wir zwei haben wollen würden. Wir haben zwei Elektronikfabriken. Läuft erstmal. So. Sprich, das haben wir. Und die Frage, bevor ich jetzt die Aufnahme beende, ist noch Forschung. Was machen wir als nächstes? Und ich würde fast schon dazu plädieren... ...dass wir... ...auf das Gesundheitszentrum umsteigen. Kann gleichzeitig bis zu 100 verletzte Bürger heilen, wenn der Sektor mit einem Bahnhof verbunden ist. Äh ja, wenn er verbunden ist, kann das Zentrum Bürger aus der gesamten Station heilen. Das ist krass. Das ist echt krass. Und was können wir dazu nur forschen? Kann man leider nicht einsehen, weil wir es nicht geforscht haben. Das ist krass. Ich würde sagen, das machen wir, oder? Was sollen wir sonst machen? Ich meine, klar, wir müssen das alles forschen, damit wir den letzten Schritt auch noch machen. Aber komm. Das ist unsere nächste Forschung, die wir machen. Und ich würde sagen, damit ist die Folge erstmal beendet. Wir sind in Kapitel 4 angekommen. Ich weiß, ich habe ja noch nicht viel gemacht. Ähm, unsere Roboter, äh, unsere Bergbauschiffe sind erst alles am starten. Ähm, aber wir sind in Kapitel 4 angekommen. Ja, ich freue mich. Ähm, neuer Wind, neue Fashion. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. In dem Sinne, tschüss mit euch.